Herzlich Willkommen zu einer weiteren Darbietung der Serie Du, Tränzer. Wir stehen heute bei der 40. Darbietung, ein kleines Jubiläum und ich darf meine Performance-Partnerin aus Wien begrüßen. Es ist Belma Peslitschgal. Hallo! Und zu dieser besonderen Zahl, 40, möchte ich heute einen Film von Belma Peslitschgal darbieten, vor der Performance. Und zwar hat sie 2016 im Zyklus Große Töchter von der Styriate den Film oder das Musiktheater Mirror Universe komponiert. Es wurde 2016 Uhr aufgeführt und wir starten mit diesem Film. Der wird ungefähr 16 Minuten dauern und nachher bitte ich Sie nicht zu abonnieren. Es geht dann weiter mit der Trendsetter-Funders. Viel Vergnügen! Vielen Dank! Wer bist du? Ich kenne das auch nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 und kämpft etwas von jazz und kalt. Untertitelung des ZDF, Löwe, die Ausfluss für die Einppenheit und Ultimation auf der Ökonomie und Internationalen Wahl und F embryos die Raum vorhanden lub durch die Kesken. Die Auswirkungen der ZDF, Ölge, die Ausfluss für die Einstellung in Guaranty, Absatz 6. Inclusiv an uncellestival body and states shall facilitate the notice of what operation is at the investigation. Absatz 6. Inclusiv an uncellestival body and states shall facilitate the notice of what operation is at the investigation. Absatz 6. Inclusiv an uncellestival body and states shall facilitate the notice of what operation is at the investigation. Absatz 6. Inclusiv an uncellestival body and states shall facilitate the notice of what operation is at the investigation. Das war's. 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 Das war's.